Kann ich das hier vielleicht irgendwie? Wo kann ich denn da die Karte einsehen? Oh. Geht das überhaupt? Select vielleicht? Ah, ein Basis-Item kann auf Select gelegt werden. Okay. Ah, verdammt, wieder falsch. Ich muss mal zum Boy probieren. Ja, wo ist jetzt eigentlich die Karte? Ah, da. Karte. Die ist jetzt auf Select, oder was? Ah, da kann man sie auch so Select legen. Jetzt kann ich theoretisch ja mit Select die Karte aufrufen. Ah, okay. Läuft. Und wieder weg und jetzt schauen. Oh. Wollte ich gar nicht. Schauen wir mal wieder nach Vertainia City. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Ich halte jetzt die Wege hier möglichst kurz, dass ich nicht so oft angegriffen werde. Ne, war ja klar. Vorführeffekt und so. Wow, neben vier. Jetzt lässt es aber krachen. Ich schlafe es doch lang eigentlich. Momentan haben wir noch nicht so unbedingt viel, äh, Vielfalt hier. Aber na ja. Kommt schon noch. So, jetzt bist du ja auch mal tot. Ja, wunderbar. Können wir uns dann in Vertainia City gleich wieder heilen lassen. Und wir sind Level aufgestiegen. Yay. Level 7. Okay. Blut kann man jetzt noch. Ah ja, schon wieder eine neue Attacke. So viel zum Thema Vielfalt. Ach ja, hier müssen wir ja auch hier so lang. Läuft. Jetzt sind wir eigentlich wieder in Vertainia. Äh, wo geht es denn hier eigentlich lang? Ich möchte nur mal schauen, wo es hier lang geht. Oh, gar nirgends. Na, klasse. Sehr effektiv. Dum, 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 dum. Wo geht es hier lang? Gar nirgends. Geht es hier irgendwo lang? Schauen wir mal. Nein, geht es auch nirgends lang. Sehr sinnvolle Wege übrigens. Da können wir uns hier gleich mal heilen lassen. Und dann mal schauen, wo es überhaupt weitergeht. Na? Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Ich bin eh so gewohnt zum Benutzen von Battlefield und allgemein die meisten Spielen. Schauen wir doch mal, wo es jetzt... Oh, es ist hier eine Pokémon. Pokémon Center. Okay. Hier gibt es den Markt. Äh, ja. Da können wir jetzt auch mal wieder reinschauen. Vielleicht kriegen wir von der noch irgendwas. Hallo, kann ich die Behöfnis... Ah, jetzt können wir kaufen. Gegengift... Die KP eines Pokémon werden um 20 Punkte aufgefüllt. Halt, Paralyse bei Pokémon. Trank, kaufen wir mal so einen. Und noch... Und noch... Kaufen wir noch ein paar Pokémon? Nee. Lassen wir mal. Äh, verdammt. Tschüssi. Tschüssi, kaufst. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo weiterkommen hier. Ach, der ist auch weg jetzt. Wenn ich zum Einkaufen nach Marmoria City möchte, muss ich immer durch den Vertania-Wald gehen. Okay. Schön will ich. Geht es hier irgendwo weiter? Nein, warum nicht? Betania City, das ist immer grüne Paradies. Wenn ich jetzt hier lang gehe, da müsste dann... Ihr könnt jetzt gar nicht auf die Map schauen. Müsste ich ja dann in Richtung... Hallo, Select. Ja, das ist die Route 22. Dann geht es hinter zu der Siegelstraße. Also ist auch rot, ist also blockiert. Der Betania-Wald auch. Mhm. Okay. Oh. Jetzt hier los. Also können wir da schon mal nicht laufen. Geht wie lang? Oh, schön. Was ist denn das? Pokémon? Ash hat Trank gefunden. Ah, cool. Der Zerschneider kann hier eingesetzt werden. Wir haben ja aber kein Pokémon, was das kann. Also blöd. Nun, jetzt hatte ich meinen Kaffee und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Hm? Was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an einem Pokédex. Dann will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neu gefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wem ein Pokémon fängt. Ich sollte es dir wohl besser zeigen. Oh. Und der ist für ein Vieh. One Liu. Ah, jetzt hier ist ein Beutel. Äh, mhm, mhm. Aha. Ein Pokéball irgendwie auswählen oder fangen. Okay. Ist irgendwie ja logisch und so. One Liu wurde gefangen. Ja, leider ist das nicht immer so einfach. So, das war doch perfekter Anschauungsunterricht, oder? Naja. Und hier nimmt ich es auch noch. Lehrkanal erhalten. Was ist jetzt das schon wieder? Falls es etwas gibt, was du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainer. Hey. Wenn er meint. Was ist das jetzt für... Was? Betania City Pokémon Arena. Aha. Diese Pokémon-Arena ist stets geschlossen. Ich frage mich, wer wohl hier wohl der Arena-Leiter sein mag. Oh. Oh, die geht's da unten. Können wir da auch nicht rein, oder? Oder können wir da rein? Schauen wir mal. Die Türen der Arena sind verschlossen. Okay, dann halt nicht. Sehr freundliches Personal. Geh mal da lang. Tipps für Trainer. Fange Pokémon und deine Sammlung zu erweitern. Mehr du besitzt, desto leichter werden die Kämpfe. Okay. Jetzt hier lang. Äh, was steht da? Route 2. Betania City, Marmoria City. Okay. So, hier gibt's wildes Gras. Ah, wusste ich doch, dass man es wieder wäre und greift. Ich fange das Vieh jetzt mal. Ich fange das Vieh jetzt mal hier. Äh, Sekunde. Aber erstmal. Sprechen wir's mal ein bisschen. Und dann... Pokéball Schauen wir mal, ob's klappt Ja, geklappt Taubsee wurde gefangen Für Taubsee wurde ein Eindruck in Pokédex angewiesen Nummer 16 Taubsee, Kleinfohn Größe 0,3 Meter Gewicht 1,8 Kilo Es verschmäht den Kampf und verbirgt sich daher gerne in hohem Gras wo es nach Nahrung in Form von kleinen Kälfern ausschaut Okay Süß Nein Wenn mir mal einer einfällt, vergebe ich einen Wenn nicht, dann nicht Ach, das ist hier die Route 2 Oder irgendwie so Du gehst in den Bertania-Wald, sei auf der Hut Dort verläuft man sich leicht Ich versuch's nicht, ich versuch mich nicht zu verlaufen Hast du schon ein Radfahrts gefangen? Es ist klein, aber dann bist es heftig Aha Very uninteressant Irgendwie Wer Tania wollt Tipps für Trainer Nein Meine Freundin und ich wollten hier Käfer-Pokémon fangen Unsere Pokémon wollen kämpfen Aha Ja, also irgendwie, ja Schön für euch Ich muss hier durchs Gras durch Oh, hier ist was Äh, Kampf, verdammt Raupi Oh Gott Sieht das hier so aus Ja, ich wollte eigentlich mal Glut einsetzen Hm, blöd Farbenschuss Init von Commander Sinkt also ein Init jetzt schon wieder nochmal Zünd mir das mal an Boah Das ist sehr effektiv Läuft 30 E-Punkte Aha, langsam wird das wieder mit dem Level auch Es hat Pokéball gefunden Sollen wir hier weiterlaufen Kommt bestimmt Hm, war ja klar, dass gleich wieder ein Kampf kommt